Hallo, herzlich willkommen bei der Grossmann Feinkost GmbH in Rheinbeck bei Hamburg. Wir produzieren Feinkostprodukte, das heißt Salate, Antipasti, Desserts, Dressings für die Bundesrepublik, das heißt für den Einzelhandel, für die Gastronomie und die umliegenden Länder in Europa. Mein Name ist ungestör, ich bin Geschäftsführer. Ja moin, mein Name ist Björn Sänger, ich bin ebenfalls Geschäftsführer bei der Grossmann Feinkost GmbH und ich nehme euch jetzt mit, einmal in unsere heiligen Hallen und zeige euch, wie wir Feinkost hier in Rheinbeck herstellen. Dann viel Spaß beim Rundgang. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.